Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, da seht ihr den ersten, Freunde, heute haben wir vier Special Guests und der erste kann mal rein, guck mal her. Du weißt drei Gäste? Nein, vier, Bruder. Ach, du bist auch ein Special Guest? Ach, steht auf deinem Kanal. Ach so. Ach so, wir haben ja jetzt schon military camping gemacht. Ach, da war es immer so wichtig zu haben. Oh 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 oh. Meillen ist das einfach. Hey, 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 hey. Nicht, wenn ihr euch auf das reingetet habt. Wie geht schon, wie geht es nicht? Wie geht schon, wie geht es nicht? Ja, komm an, was weiß ich nicht? Ah, oh, oh. Nein. 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 Ich auch. Ich bin der Dominante, du bist eher dicklos. Irgendwas warmes Einfach zwischen der Seiten. Warum? Warum? Ich hab mein Knie zu. Hä? Ich hab mein Knie gerade, Alter. Es wird immer härter und härter. Warte, geh ein bisschen auf bei dem. Der wird bestimmt auch was von meinem Leben. Du bist aber weich hier, ne? Oh, die Hüften sind da. Ey, Leute, wir haben uns ein Spezielles ausgedacht. Und zwar hat der Heike gerade ein paar Produkte rausgesucht. Und wir müssen die Preise von den Produkten erraten. Ich bin gespannt, wer das Ding gewinnen wird. Alles gut. Sicher. Sicher. Vielleicht hast du da wieder aufgelandet. 8 Monate. Dann kommst du zurück. Keine Ahnung, ey. Was geht, ey. Grüß euch. Sticksalzer. Sticksalzer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er konvertierte und lernte den Salafismus kennen. Oh mein Gott. Wir haben eine Monsana LED Schreibtischlampe. Schwarz. Freunde, ganz kurz. An dieser Stelle werde ich den Preis noch nicht auflösen, damit ihr mitmachen könnt. Ihr könnt mitspielen. Schreibt es unten in den Kommentar rein, was ihr ratet. Macht euch so Stichpunkte. Aber ey, Leute, fair bleiben. Nicht schummeln. Und weiter geht's. Hey Jungs, chill. Ich hab einen zu dicken Stift. Okay, ich hab was. Ey, guck nicht, Bruder. Guck mal. Warte, ich muss nochmal kurz kratzen. Ey, drei, zwei, zwei, zwei. Ich muss meinen Stift machen. Stopp. Okay, du hast nur einen Auto. Du hast nur einen Auto, Bruder. Vielleicht ist das krass, dass der Typ war. Das ist das krass, als wenn du bei Amazon was bestellst. Ja, heute. Okay. Zwei, eins. 69. 40. 220. Du? 150. 24, 95. Jaaaa. Nicht am zweiten. Am Ende der Verlierer kriegt das. Nee, jeder. Das ist mit Oberschenkel. Das ist geil. Bei jedem Spiel muss ja nicht verlieren. Doch. Jeder macht immer so. Ja, das ist gut. Boah, hast du schon. Ja, aber richtig auf Oberschenkel. Weil, wenn ABK verliert, dann wird gut die linke Seite genommen. Und ich mache es speziell. Ich darf auch nochmal. So, als nächstes haben wir einen Rauchmelder. Vierer Set. Mit 10 Jahren Garantie. Also seppisch. Vier, vier Rauchmelder. Da sind vier Rauchmelder drin. Ja. Das ist schon hart. Was willst du? Ist das eine Pocke-Belle oder was? Oder Rauchmelder? 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 Die sind nicht. Die sind die Füße. Wir haben auch mal viele zuhause. Okay, mach. Stopp. Ja. Drei. Drei. Sagst du, zeig dir als erstes? 79. 20. 80. 100. 39,95. Wuhu. Na komm, ich wollte 20 abnehmen. Was hast du? Ihr habt mich interessiert. Blatt, blatt, blatt. Blatt, blatt. Wuhu. Jetzt habe ich was richtig Gutes. Ich wollte gerade so schätzen. Kannst du schon das nächste? Ja. Okay, Schwangerschaftstest. Frühtest. Oh, da kenne ich mich aus. Ohne Spaß. Ja, weiß ich nicht. Ganz genau. Ja, das ist wohl ungefähr dabei. Ich habe auch einen dabei, wenn wir draufkissen. Ich. Moment, das ist aber vor, da kommt schwanger. Stopp. Das ist so ein billig Ding. 4,50 Euro. Hast du 200? Wie viel? 4,50 Euro. Das ist so ein billig Ding. 7,90 Euro. 24,90 Euro. 20. 8,9 Euro. Ey, da hat es zweimal verloren, ich habe einmal verloren. Und jetzt haben wir diesmal ein Just Spices kleiner Gewürz-Adventskalender. Oh, was? Warte. Ein Adventskalender. Gewürz-Adventskalender. Mit Gewürz-Adventskalender. Das hört mir scheiße raus. Ich schwirr, das war so nie gehört. Oh, warte mal. Ah, das sind die teuren, warte mal. Ich weiß es. Oh, das sind die teuren. Ich schwirr auf alles, ich weiß es. Ja, das ist unfair. 3,2,1. Stopp. 60. 25. 11,99. 90. Ey, hör doch. 24 mal 90. NIEMAL! Ich schwirr auf alles, ich weiß es. Ja, das stimmt nicht. Das ist ja nicht passiert. Und 4,30 mal 90. Das ist trotzdem blöd. Ich hab erst vor drei Tagen. Wer hat das verfolgt? Nein, nein, nein. Ich hab vor drei Tagen geschossen. Ach gut, das ist Amazon, gell? Ja. Siehst du? Aber offizielle Seite 90 Euro stand dran. Und 110. Genau. Ja, genau. Jasper ist es. Du warst am weitesten weg? Ja, 2,2. Das war zweimal weg. Ich war zweimal weg. Jetzt seid ihr beide 2,2. Arjen, es geht gleich. Ey, Jungs. So. Nächste. Ich hab was richtig gutes für euch. Vier Männer, sehr sehr sch***. Naheinander. Gleitgel von Durex. Ich glaub ich kann jetzt ihn erst benutzen. Ich nutz sowas nicht, Bruder. Du spuckst einfach, ne? Stopp. Ey, stopp. Du hast genug gelacht. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. 7,99. 7,99. Warte, wer ist am weitesten weg? Du, ne? 4 Euro am weitesten. Doch. Wie, wie? 11 Euro. Er hat 11, Bruder. 7, 8, 9, 10, 11. Das sind 4. 4, 5, 6, 7. 8 Euro. Ich bin 3. Ich bin 4. 8 Euro hat er gesagt. Ich dachte, ich bin 3. Ich bin 3. Ich bin 4. Scheiße. Warum warst du teuer, ey? Geil. Mir steht 2, 2, 1. Der meinte, ich soll 15 raussuchen. Was? Was? Da hat jeder noch eine Chance. Da hat jeder noch eine Chance. Da hat jeder noch eine Chance zu kassieren. Da hat jeder noch eine Chance zu kassieren. Ich muss ja nicht alle 15 raussuchen. Jetzt kommt was richtig geiles. Und zwar Nintendo Kirby. Ey, das ist unfair. 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 Wie cool ist das denn gerade? Es ist ein bisschen in Ordnung, Bruder. Ich bestelle den im Arschluss. Okay. Der ist süß, ne? Ja. Bei Amazon ist das denn, ne? Ja. Ich hab was, ey. Stopp, fang jetzt los. Nein, 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 nein. Drei. Drei. Hey, ich ändere mal. Ich bin auf 10€ runtergegangen. Ich hatte heute 50, jetzt hab ich 9,30. Okay. 14. 13. Oh. Ihr müsst zwei schnicken. 14,90. 14,90? Ja. Oh, du hast auch zwei jetzt, ne? Ah, ne. 2, 2, 1, 1. Der verliert auch mal für die Kurve kaufen, ja? 2, 2, 1, 1. Der verliert auch schon die Kurve. Aber wir müssen jetzt was festlegen. Wir haben jetzt 2, 2, 1, 1, 1, 10, 2, 4, 5, 6 Fragen. Dann machen wir 12. Wir machen jetzt noch 6 Fragen. Wir machen 12 Fragen. Okay, okay. Weil wir sind jetzt genau bei 6. Okay. Dieses Mal hab ich auch was Gutes für euch und zwar Landmetzger Schiesel, Schweinefleisch im Bratengelee. Ich weiß noch mal, ich esse jeder. Wie viele Kilo? 200 Gramm. Zeig mal nochmal. Ja, aber Bruder, du hast hier 2, die nicht Schwein fressen. Ach, Heiterzeit, willst du auch Schwein? Nein. Ey, warte mal, hätte ich es aus. Nein, das ist doch egal. Wie viele Kilo? 200 Gramm. 200 Gramm. Was für Schweinefleisch? Das ist Schweinefleisch im Bratengelee. 3, 2, 1, stopp. 990. 4,99. 4,99. 3,95. Ja, Spendig! Nein! Ich spöne die Knappe so. 10. Du bist 1 cm. 1 cm. Diese 1 cm. Das ist krass. Ich habe 99. Das ist krass. Da siehst du was Schweinefleisch im Bratengelee. Alter. Hast du gehört? Wegen 1 cm. Ich habe 99. Ey, wir waren beide nah dran, ey. Da müssen wir das Schweinefleisch im Bratengelee. Ja, dann merken wir mal, wie ich irgendwie... Du kennst dich auch. Google das mal. Du kennst dich auch. Du kennst dich auch. Du kennst dich auch. 3, 2, 1, 1. Okay, nächste. Diesmal haben wir einen Lego Technik Bagger. Oh, das ist teuer. Das ist teuer. Mindestens. So ein Ding ist teuer. 5,89. 60. Boah, scheiße. 19. 29 oder 19. Wohin wird euch? 339. Jaaaa! Ich spiel! Jaaaa! Der war 450. Warum? Digga, so Dinger sind echt teuer. So ein heftiger Bagger. 4, 2, 1, 1. Bruder, chill mal! Mach mal! 4! 2 x 1 x 1 Lego. Aber ey Bruder, komm! Fun Show! Das ist ein Ego! Das ist ein Ego! Das ist ein Ego, Digga! Ich hab das geflascht. Verkommt, dann braucht es wieder 41. Aber wie viel war das nur in Fun Show? Wenn jetzt noch... Ich bin jetzt noch 1 bezahlt, dann kann ich nicht mehr... Ey, wir machen 15 nichts drin. Nein, das läuft ja. Genau deswegen. Damit es nicht unfass. Wir waren alle ersten. Nein, ich hab keine 15. Perfekt. Ich hab nur noch 12. Ich hab einen Ringgottisch. Das war eine Lüge, Alter! 4, 2, 1, 1. Auf geht's! Äh, diesmal haben wir einen Max Faktor. Was ist das? Lippenstift. Oh, von Mac? Nein, nein, von Max Faktor. Max Faktor. Oh, das kommt doch mal jemand im Fernsehen. Das ist auch teuer. Hey! 3, 2... Hey! Ich kann das gleich tun! Ich kann das gleich tun! Okay, schon. Stopp! 39. Achtung! 7,99. Ich denke, das ist teuer. 8,9, 30. 8,99! Ich mach nur 9,30 Euro, Alter. Du warst nur 9,30 Euro, Alter. Du warst, glaube ich, am nächsten sogar, ne? 8,90. 4, 2, 1, 2. 4, 2, 2, 1. 8,39. Ja, Heiner, das war noch neher. 8 Euro, Tel. Achso. Er punkt und ich. Ich bin ja nicht freundlich. Ich bin ja nicht freundlich. Achso, Punkt. Nein, nein! Nein! Das ist geil. Verkack mal du oder du, Alter. Du nicht. Das ist egal. Nein, du musst einen Punkt haben, dann kann ich dir die. Nein, verkack einfach. 5 hast, verkack 2. Okay. So, diesmal haben wir Sandwich-Maker draufreisen. Sandwich-Maker draufreisen. Sandwich-Maker draufreisen. Aufreisen. Das ist so, abnehmbar klappen und so. Marke? Marke. T-Bag. 19. 49. 24,99. Das ist gut. Der ist 47,99. Ey, guck mal. Ich hab fast alles. So ein Stück Geld. Ich hab 24,99. Ja, dann bin ich. Was hast du? 20. Der ist am meisten weg. 19. Ich nur 3. 3! 3! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben noch 2 Fragen. Ich mach doch mal kleinen Augen. Ihr brauchen mich. Machen wir doch noch 2 Fragen. Das ist ein kleines Wunschig. Ja, dann dürft ihr beide. Dann kannst ich dir beide. Bei Unentschieden beide. Nein. Doch. Stimmt. Nintendo Classic Mini. Ey, der kennt sich aus. Was kennt der sich aus? Das ist unfair. Der kennt sich aus, Bruder. Ich hab nichts. Schimm mal. Stimmt. Der guckt da. Sprachenlernen. Ich hab noch nicht mal was angegeben. Ey, zähl ab, Mann. Ja, stopp. Stopp. Okay. 81. 50. Komplett haben wir reduziert worden. Oh mein Gott. Ich hab 79. Nee, 149. Ja, Herr Graz. Ja, ja. 50. Die verarschen mich mit dem Hals. Ich weiß, oder? Warte mal. Wie viel hast du das? Der war doch in Mediamarkt für... Nein, das ist SNES. Nee, SNES kostet 6. Das ist aber der Super-Family Classic. Ja, das ist 2. Das kostet eigentlich 89, oder? Ja, ja. Wie viel hast du? Ich hab 89. Aber jetzt wegen beide von uns. Entweder wir haben beide 4, dann gibt's beide, oder? Ja, dann gibt's beide. Du darfst erscheinen. Ja, beide kriegen dann. Oder Spendie. Beide oder Spendie. Nein, das können wir nicht. Wenn du jetzt gerade rechts als letztes den nimmst. Mach mal, was richtig abgefuckt ist. Dass ich immer 30.000. Hau mal irgendwas krasses raus. Warum nimmst du den Punkt, Alter? Geil. Geil. Und zwar haben wir hier von Amazon selbst Toilettenpapier. Vierlagig. 48 Rollen. Ah? 48 Rollen. 48 Rollen. Zeig mal nochmal genau. Miese Bewertung. Hat einer geschrieben. Mein A** war noch nie so sauber. Ich hab was. 1, 2, 1. Stopp. 57. 9 Euro. 690. 27,9 Euro. Jaaa! Jetzt hab ich das wieder. Jaaa! 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 Das war 27 Euro, Alter! Wie viel Lagi... Wie viel ist gespannen das denn jetzt? 27 Euro, genau! 29 Rollen. Das ist voll, ne? 49 Rollen! 48! Jaaa! 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 Aber das ist gut, das machte einen Assch-Auch режим! Jaaa! Ich wollte gleich nicht so sauer. Ich wollte einen Spendig Szent und Nate-Tay vol. Letzte... Ich war als letztes. Das muss man etwa machen. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk